einen wunderbaren guten tag und willkommen zur wahrscheinlich schon der vierten folge der fünften super mario bros wonder ich freue mich wieder sehr auf den part wie immer und ja hier geht es weiter bei uns blickt jeder kunde auf unser aktuelles fragezeit ausrufezeichen block angebot ist gerade besonders gefragt ausrufezeichen blöcke erscheinen in den level erscheinen ausrufezeichen blöcke auf denen du stehen kannst man kann halt nach items oder film einen anderen zweck so schön natürlich kaufen wir und auch den wundersamen kaufen wir sehr schön wollen man das abzeichen anlegen gerne zeit jeder auch jetzt erst mal wieder was sie anbieten genau da hoch hinaus mit den feilschnebeln was ich immer das für ein gegner ist wenn du mal durchatmen muss drücken einfach plus um das pause aufzurufen um oh mein oh mein oh das sind actual jumpscare ganz ehrlich Actually what the fuck Ich warte lieber hier Machst du nicht so als könnte ich einfach weglaufen Stimmt der kann nicht einfach weglaufen Wirst du nur brauchen um kurz zu erladen Hey So So Komm bitte Neutern Ich habe noch B gedrückt aber es war wohl etwas zu spät Ich müsste mir einen gespeichert Komm Vielen Dank Das ist gefährlich Ich warte lieber hier Ist der nicht so als könnte ich einfach weglaufen Ich habe einen gespeichert Ich habe einen gespeichert Ich Ich Sehr 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 schön Hallo So Wo ist das denn Eine Seite Das ist eine Seite Ich habe einen gespeichert Ich habe mir Ich habe einen gespeichert Ja, das ist so gut. Ich werde auch bei diesem Ding. Ach, du bist so gut. Ich hab doch so sehr weit was verpasst. Hier ist sie wunderbar. Yo, so cool. Dass man wirklich etwas so mit mir denken kann. Geil. Weil es wird sicher noch weird an, dass es existiert. So, ja. Ist witzig. Und auch so sehr, dass ich wirklich etwas verpasst habe. Das war so richtig. Ein nettes Ziel kommt dann wegen etwas verpasst. Oh, da wird auch noch ein bisschen Röder hier. Ah, das ist sowas wie eine Reset-Röder. Okay, ich verstehe. Damit sich nochmal ganz genau anschauen kann. Ich glaube, ich bin so dum. Ich glaube, ich bin so dum. Ich brauche mich zu dumm. Ich müsste damit da hoch zukommen. Die Kamera war auf da hoch. Ich glaube nicht, dass man da nicht kann. Geben Schwächen rein da. Wir haben irgendetwas verpasst. Wir müssen wirklich alles verpassen, was man verpassen könnte. Na gut. Aber darum können wir trotzdem das Spiel noch mal... Ja, das kann ich noch mal spielen. Gar kein Funken. Super Mario Bros. Wonderful. Aber die sind ja dann asozial versteckt. Oder die sind dort bei den Passagen mit denen, ne? Ihr wisst. Blasen gleiten auch durch Wände. Das ist gefährlich. Ich warte lieber hier. Ja! Haha! Hau! Hier! Spring hoch! Oke, hier ist ein Applaus. Was ist das? Was ich sagte? Das war ein Wälder. Ich glaube nicht, war ein Wälder. Das war ein Wälder. Ja, das war ein Wälder. Ja, hooo! Ja, hallo! Ja, hooo! Ja, hooo! Ja, hooo! Gouwie ist eif, das Jugendwort 23, cool! Ja, viele sind ja nicht wirklich für die Jugend, aber wir müssen versuchen, dass sie mich nicht wirklich dafür, was passiert. Leider kurz sehen wir an, dass das ist. Nein, jetzt weiß ich, was ich sagen will. Allein ich sagen will, ist super nicht wirklich. Ja, weiß ich nicht. Also, es interessiert mich nicht, was während des Wortes passiert ist jetzt aber was danach passiert. Das interessiert mich nicht. Ah, ich glaube ich verstehe. Nein, ich verstehe nicht. Aber wo soll denn das zweite sein? Das letzte? Irgendwie auf dem Weg? Ja, dann wahrscheinlich schon, ne? Also nochmal, nochmal genau den Weg anschauen. Jetzt muss ich mal irgendwo hier sein. Dafür? Ja, nein. Ich brauche, dass ich nicht verstehe. Ich brauche, es uns nicht da. Nein, ich brauche, also genau den Weg. Ich brauche auch zu sein. Ich brauche, Leute. Ja, das ist schön. Daher Man, das ist schwer zu dem zu kommen. Du bist vielleicht bald der Dänz anzahmen, oder ist nichts dran? Anzahmen sie ein? So, nice. Anzahmen. Interessant, dass Goofy das Jugendbuch 2022 ist. Wie dürfte ich da rein? Und zwar so richtig! Jo. Hast du mir zu sagen? Nix, okay. Aber wo ist dann die dritte? Die Luft ist rein. Und zwar so richtig. Arbeiten hier oben. Au, au. Doch nicht. Aber wo soll sie denn sein? Ich hab absolut keine Ahnung, wo die sein sollte. Bye, bye. Ja, ja. Ja, tschüss. Also, for real jetzt mal, also schreibt mal in den Chat, wenn ihr wisst, wo das ist, weil ich hab keine Ahnung. Drück A. Ach, sorry. Das ist gefährlich. Ich warte lieber hier. Ist ja nicht so, das könnte ich einfach weglaufen. Na, du kannst nicht weglaufen. Das ist gefährlich. Ich warte lieber hier. Oh nein. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Ich warte lieber hier. Ist ja nicht so, als könnte ich einfach weglaufen. Dann lass dir Beine wachsen, würde ich sagen. Mal gucken. Mal gucken. Das ist gefährlich. Mal gucken. Genau, da oben waren wir. Dann müssen wir jetzt hier rein. Ich bin wohl hier. Ich muss jetzt heute rein müssen. Oho. Passt doch auf. Oho. Oho. Hey. Haha. Oho. 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 Oh mein Gott. Darf ich eigentlich auch selbst holen. Den jetzt brauchen wir nicht mehr. Den jetzt können wir jetzt rein. So, rauskommen. Ah, nur ein Exzellent, aber ist egal. Sehr chillig. Tipps für die 100%? Kannst du schon geben, wenn du willst. Ist das mit dir hast du noch etwas? Nein, der ist in 6 Minuten. Ja dann. Ah, hier viel brauchen wir nicht mehr. Und da kommen wir obviously nicht weiter. Den schmecken wir uns. Let's go! Welt 2, Weltchengebirge. Let's go! Hey, diese tolle Aussicht gehört ganz allein mir. Oh, aber das ist mal schön gross. Oh nein, das wird doch safe wieder out of context gerissen. Ich sehe es schon. So, wir sind in der Melchengebirge angekommen. Am Gipfel sollte es einen Königsamen geben. Wartet. Was braucht man? Zielspitze 3 10er Coins je nach Level 1 bis 3 wundersam. Ah ja, perfekt. Vielen Dank. Brrrr, das wird keine einfache Reise für mich. Mir wird doch so schnell kalt. Ach ja, nicht vergessen, dass du dich jederzeit orientieren kannst. Hm, ja gut, okay, das weiß ich. Hier, Katroni, ich habe übrigens hier glaube ich hier den Secret Exit habe ich hier auch. Es gibt nichts, was ich aktuell nicht hätte. Wenn ich richtig liege. Ja, wir haben alles bis jetzt zu 100%. Wir haben bis jetzt nichts gemisst. Hütte am Fuss des Wolkengebirges. Alles klar. Hier ist es so kalt. Hallo Prinz Florian. Willkommen im Wolkengebirge, wo mutige Wanderer sich bis ins schwindelregende Hühn wagen. Am Gipfel ist es besonders schön, der perfekte Ort um laut ins Tal zu rufen. Das gibt ein tolles Echo. Leider treibt sich im Moment dieser Unruhestifter dort herum. Also sollte man den Gipfel besser meiden. Wir sind verzweifelt. Bitte befreit unseren Berg. Ich gebe euch auch diesen Wundersamen. Bitte, bitte. Wenn ein Level zu 100% ist, hat es einen Haken. Wenn eine Welt komplett ist, hat die auch einen Haken. Okay. Nicht mit uns. Natürlich helfen wir. Bestimmt ist es wieder dieser Bowser Junior, die überall sein Unwesen treibt. Klettern wir hoch bis zum Gipfel und holen wir uns diesen Berg zurück. Und den Königsamen auch. Ja, ich mach das. Also ich schau nochmal wegen dem Dinger. Ich schau dann gleich. Also schauen wir mal. Also irgendwie keine Haken. Oh nein, habe ich jetzt das Level gestartet? Oh, bitte nicht. Ups. Das ist nicht ganz das, was ich wollte. Zurück dahin, bitte. Aber cool, dass man sich teleportieren kann. Ah, da ist dieses Haken. Hier ist es nicht. Das heißt, wir haben da irgendetwas vergessen. Ah. Der Secret Exit. Hier haben wir den Secret Exit vergessen. Hm. Oh mein Gott. Da gibt es den Secret Exit. Hey. Okay. Aha. Ja, ich hab's auch gemerkt. Ich hab den Secret Exit nicht. Ja, kommt man. He he he. He he. He he. Haha. Nein, das soll die Reaktion reisen. Neuschaden. Ich will die Wundersame nicht einsammeln. Oh nein, das soll das sein. Ah, ich kann nicht. Nein, das soll das sein. Oh nein. Oh nein. Ah, hast du die schöne Blume gesehen? Ja, hab ich. Aha. 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 Schau bald, die da hier vorbei, ja? Sicher. Nee. Doch für den Secret. Okay, für den Secret. Okay. Schau bald, die da hier vorbei, ja? Haha! Aua! Oho! Hast du die schöne Blume gesehen? Okay, ja, dann mal Schein. Oh! Was werden diese rote Rühre? Werden die rote Rühre? Werden die rote Rühre, Isis? Haha! Ja. Oh ja! Oh ja! Oh ja, oh ja! Oh ja, oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Na, das war ja einer liebend. Haha! Okay! Ich muss euch safe in dieser roten Röhre. Dann kommen irgendwo drei Röhren aus der Decke. Aber Freunde, ich würde sagen, das erledigen wir beim nächsten Mal, wenn wir wieder Super Mario Bros Wanda spielen. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ich freue mich definitiv drauf. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir Super Mario Bros Wanda spielen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und auch einen Kommentar. Und bis dahin, ciao, ciao. Ayakame Tendo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.